So und damit seid gegrüßt mein lieben Zwerge Gnummer Witz und der Klotung 2 im 9.8 Ja Samanmara mit dem Zwergfürst und mit Koha. Wir haben hier wundervolle Muscheln. Da haben wir bestimmt eine von gebrochen. Hier ist mir bei Aufscreen ausprobieren ein bisschen was aufgefallen. Nämlich hier die Muscheln. Das sind wahrscheinlich die Muscheln, die wir hier abliefern sollen. Koha ist erschöpft und muss Kraft sammeln. Ja gut. Gehe jetzt zurück in die Stadt. Gut, das war so ein kleiner Strand hier. Vielleicht kann ich es euch mal zeigen. Ich muss gerade mal ein bisschen was schnabulieren. Oh, jetzt habe ich den Saft mitgetrunken. Ja gut, von mir aus kann ich nur hin machen. So, da gibt es einen kleinen Strand hinten hinter dem Leuchtturm. Äppel. Gut, dass wir auch einen Äpfel auf unserer Insel angepflanzt haben. Ja auch die Insel wird größer und größer und unsere eigene. Ja, also man hier, das lustige finde ich auch immer noch, dass man hier einfach hoch hüpfen kann. Dann kann hier scheiße auf die Treppen. Ich hüpfe hier einfach steil den Merkern hoch. Ja, gar nicht unrealistisch. So, hier hinten gibt es nämlich einen kleinen Weg, der hinunter führt. Gut. Ich mach mal Hops hier. Hier unten, warum war hier unten? Saßen wir gerade. Jetzt die Muscheln. Können wir hier angeln? Angeln gehen. Müll. Nix außer Müll. Ach Mist. Alle guten Dinge sind drei. Wer wirft denn hier sein Müll überall? Es ist... Es ist skandalös. Überall noch Müll, was wir fangen können. Also geht es hier hoch zum Leuchtturm. Und wahrscheinlich, wenn ich mich nicht komplett irre. Dann können wir hier vielleicht auch gleich mal zur Dame rein. In den... den Leuchtturm. Ich wollte gerade sagen, wir können hier nicht mal rüber. Das wäre doch ein Witz. Die Muscheln braucht es. Also sie wollte schöne Muscheln sehen. Und die gab es dort unten am Strand. Das ist die Sache. Das brucht uns. Achso, ja. Das kann es nicht zertrümmern. Wir müssen unsere Sache nochmal verstärken können. Das müssen wir irgendwann nochmal machen. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schmied, der das... unser Zeug verbessern können. Und uns zumindest beibringen kann. Wenn wir das selber machen können. Ich meine, der uns Waffen verstärkt. Nicht Waffen, sondern... der unsere... unsere hier... Werkzeuge. Der bessere Hacker, der bessere Hammer. Das ist... Ja, langsam ist mir das langsam. Ist mir das auch leid. Können wir hier jetzt rein? Hallo, entschuldige die Störung. Ah, ja sehr gut. Jetzt können wir hier stören. Lass mich in Ruhe, Kind. Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Hast... Was hast du gesagt? Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wer hat dir das denn beigebracht? Niemand. Du weißt, dass man nicht lügen soll, mein Kind. Okay. Der Mann vom Ufer hat es mir beigebracht. Er hat nicht gesagt, ist er nicht sehr nett. Nein, das ist er nicht. Wer bist du? Können wir reden? Ich meine... Könnte ich bitte mit dir sprechen? Warum? Ich habe eine Geschichte, die dich vielleicht interessiert. Ist das etwa in dieser Abendgeschichte? Ich habe auch ein paar Muscheln. Ich hoffe, die sind hübsch. Es sind die hübschesten der ganzen Insel. Ähm... Na gut, komm herein. Aber ich kaufe nichts von dir. Diese Muscheln sind sehr hübsch, mein Kind. Ja, meine Dame. Ich habe sie am Strand gefunden. Was möchtest du von mir? Ja, ich habe einen Brief in meinem Haus gefunden. Auf dem Brief stand dein Name. Ach, wirklich? Interessant. Gehört dir dieser Brief? Er gehört zu meiner Großmutter. Ich kenne deine Großmutter nicht. Meine Großmutter heißt Jajajaku. Haku. Haku. Aber... Das kann nicht sein. Es ist die Wahrheit. Aber... Du kannst nicht Hakus Enkelin sein. Doch, doch. Das bin ich. Schau mal. Wir haben die gleichen Augen. Lass mich den Brief sehen. Das ist Hakus Handschrift. Natürlich. Schau doch meine Augen an. Ja, ich erinnere mich an ihre Augen. Ich erinnere mich auch, dass sie die stärkste Person auf der ganzen Welt war. Und dass sie nicht gerne lachte. Aber... Glaubst du mir denn nicht? Wo sind denn deine Manieren? Es tut mir leid. Kann ich dir vertrauen? Natürlich. Erstmal musst du mir beweisen, dass du Hakus Enkelin bist. Sie trug immer eine besondere Blume bei sich, die nur auf ihrer Insel wächst. Wenn du bei ihr gelebt hast, dann weißt du, wo du sie findest. Dafür brauchst du wahrscheinlich eine neue Hacke. Ja, das brauche ich unbedingt. Bitte Kaleb um Hilfe. Er hat einen kleinen Gemüsegarten im Hafen. Bring mir diese Blume. Die von Just Me Pfeil, meine Dame. Okay. Buch und Muscheln abgegeben. Du hast ein neues Rezept Nachmittagstee. Du hast ein neues Bauelement Blumentopf. Und bitte Kaleb um Hilfe. Um deine Hacke zu verbessern. Dann bringe Yaya Hakus Blume zu Saimi. Okay. Sind wir auch weitergekommen. Jetzt muss uns mit Kaleb noch helfen. Können wir hier was da drüben? Sehr gut. Können wir bestimmt auch noch viel gebrauchen. Das Eisen und das Stein. Hier gibt es auch noch ein bisschen was. Hier ist auch noch ein bisschen was gesprossen. Gewachsen. Einen besseren Hammer. Okay. Ja, diese Bronzen. Sachen kannst du noch nicht da drüben. Auch die noch nicht. Okay. Na dann. Gehen wir mal runter an den Hafen zu Kaleb. Hier ist noch ein Bienennest. Der ist bisher mal auf Screen entfernt. Und hier entfernt. Zack. Da hat man. Individende Bienenkönigin oder. Eine Larve. Okay. Wir fischen die Delikatesse. Ja. Mal schauen gehen wir mal das so. Welchen Fisch wir das so verfüttern können. Ein Blattfisch beuchten wir noch um uns die Nahrung zu machen. Stimmt. So war das ja. Wir wollten uns noch Fisch backen. Wozu wir sind. So. Schnell zum Hafen zurück. Können wir eigentlich bei diesen Automaten schon was kaufen. Oder. Was sind die noch. Haben wir noch zu wenig Geld. Wir müssen noch irgendwo wieder Geld herkriegen. Weil. So wird das mit dem. Kaufen irgendwann ein bisschen schlecht. Wir werden bestimmt noch ein paar Samen für die Insel kaufen müssen. Und so weiter. Haben wir nicht genug Geld. Okay. Dann ist die Frage beantwortet. Gut. Einmal runter. Zu Kaleb eingeströnt. Hallo. Du bist doch Kaleb oder? Hallo Kaleb. Ich brauche deine Hilfe. Oh. Ich habe gehört dass du einen kleinen Gemüsegarten hast. Und dass du ihn pflegst. Könntest du mir vielleicht eine neue Hacke geben. Wenn. Ist schon sehr alt. Nein. Na gut. Dann halt nicht. Aber ich könnte beibringen wie ich mal in ein Hacke herstellt. Das wirkt fantastisch. Vielleicht kann er für einen Tauschhandel eingehen. Ich brauche etwas Salat. Und ein paar Karotten. Ich könnte sie mir natürlich einfach kaufen. Aber ich würde es vorziehen das nicht zu tun. Vertraust du den Leuten auf dem Markt nicht? Nein. Ich entnehme diese Samen. Karotten, Samen und Salat. Bring Kaleb Gemüse was das er braucht. Okay. Haben wir die schon Karotten im Inventar? Ne. Haben alle verspeist. Okay. Salat an Bohnen. Karotten. Na dann machen wir das erstmal. Zurück zur Insel. Da können wir auch ein bisschen. Da können wir die Kürbis wahrscheinlich auch schon ernten. Da приех Mini onesGerrrado in Samen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-do. Coole Musik. auf offener See. So, na dann Mal wieder zurück zur Insel Da mal wieder ein bisschen Kommen wir ein bisschen vom Kurs ab Da geht's zur Insel Heimatinsel Da ist das Haus, das ist richtig, aber der steht da drüben Der Kai Kai, Uwe, Vincent Das ist so, einmal anlegen Und raus hier Das regnet wieder Das ist gut für die Insel Damit der Brunnen voll wird Und so weiter So, die Blume ernten müssen wir Aber erstmal müssen wir Mit dem Rezept zu unserer Zeugs verstärken Das machen wir gleich mal Kürbisse, seid ihr schon fertig Ihr seid schon fertig, super Dann können wir die Quests auch abhaken Können wir uns die Quest auch noch holen Können wir unserem Mentor, dem Katzenjungen Mal ein bisschen was An Kürbis entbringen So, nächster Morgen wieder gestärkt Sieben Münzen haben wir nur Das sieht ein bisschen kläglich aus So, bringen Kaleb das Gemüse, das er braucht Und zwei Seiten haben wir hier schon Steht auf Seite 2 Gucken wir da und wie gucken Ah, hier Bring uns wohl einen Kürbis Ja, das ist ganz gut Da haben wir wahrscheinlich geahntet Die Post kam, die müssen wir später suchen Okay, machen wir weiter mit den Aufgaben Sprechen mit Baram Okay, mit dem ist wo noch reden Okay, hier Ja, okay Verstehe, so kommen wir voran Müssen wir hier erstmal sehen Salat Sehr gut Hier mal Salat Und da mal Gerotten Ja, machen wir Salat und Gerotten Hier die drei auch noch Die zwei anderen Kürbis können warten Der braucht nur eins Der andere Kollege So, hier mal Stand da gerade sehr Kann das sein? Ich glaube sehr kaum Ist das jetzt richtig Richtig gemacht worden Hat das jetzt richtig Ist das jetzt nicht mehr ernten Das wäre phänomenal So Die großen ist es auch Na dann Schlagen Nehmen Schlagen Nehmen So Die Blume Die müssen wir erstmal finden Da müssen wir eine Hacke machen Haben wir denn schon das Zeug Für die Hacke Für die Hacke Verstärkung Hm Werkstatt Werkzeuge Keine neue Rezepte Hm Also dazu wolltet ihr erstmal Salat und Korten haben Damit uns das Rezept gibt Oder Wie war das jetzt? Na gut Noch ein bisschen Orangen mitnehmen Vielleicht können wir jetzt schon Marmelade machen Haben doch Zucker mitgenommen Vielleicht Das könnte glaube ich schon reichen Dass wir uns hier ein bisschen Marmelade machen Dafür haben wir doch den Zucker gekauft Na mal schnell hier rein Küche Orangen Marmelade Sehr gut Nachmittagstee Da brauchen wir noch Milch Oh die hier kriegen wir jetzt mal im Rätsel Aber Marmelade können wir hier erstmal machen Sehr gut Marmelade Orangen Marmelade Ah das ist hier ein Verbrauchsgut Küstliche Orangen Marmelade Sehr süßen Voll Energie Perfekt Für Bären Für Bären Für Bären Oder für Bären Für Bären Für zumal ein Treffen Können wir ihm das mal geben Hm Sollten wir vielleicht nicht aufessen Hier noch ein paar Orangen mitnehmen Vielleicht sind hier auch irgendwo schon Äpfel gewachsen Hier können wir abbauen gehen In die Mine Wieder ein bisschen was in der Mine gewachsen Ja ein bisschen Abbauen und ein bisschen Farming auf der Insel Das muss auch mal so ein bisschen sein Neben den Abenteuernhof Wie hieß die Insel nochmal Quäles Wenn wir mal nicht in Quäles sind Müssen wir hier mal ein bisschen was machen Wenn es mal hier darum geht Kürbis anzubauen Und Ja Salat und so weiter Tiveritsch kann auch jetzt wieder zurückfahren Und mal die Kürbis übergeben Das wäre auch mal gut Wenn wir jetzt sowieso nichts hier zu tun haben Warum nicht Wir kommen dann wieder zurück Um die In Salat zu Nehmen Müssen wir sowieso Um mit der Quest weiterzukommen Der Request Na dann fahren wir mal zurück Und übergeben zumindest schon mal die Kürbis Übergeben wir das schon mal Ist glaube ich nicht verkehrt Das einmal wenden Und auf geht's Zurück nach Quäles Warum nicht Schuppern weit hier ein bisschen hin und her Das tut doch nicht weh So längst da weh ich nicht Ich will mal abkürzen Aber Ja Eines Hefert Die ist lustig So hier mal Zum Markt müssen wir Verwunderlicherweise Tauchen wir auch immer Wo wir K.O. gehen Auf den Marktplatz wieder auf Also kurz vor dem Marktplatz Warum nicht auf dem Boot Ist mir auch ein Rätsel Aber Ja gut So mal ein bisschen was übergeben Überbringen Hat da gerade jemand geheult Das klang so wie kleines Höhling 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 Genau Ähm Höhling So weinen lauter So ein kleines Kleines Wesen Ich sehe dass du mir ein paar Kürbis mitgemacht hast Die sind ja riesig Ich dachte Die wäre nichts größer als ein 40 Ich werde etwas darüber In meinem Tagebuch vermerken Wer auch immer mein Tagebuch in Zukunft liest Wird wissen was sie Sich An dich Dass sie sich an dich wenden sollte Der große Kürbis K.O. Amteuren Und menschliches Menschliches Mädchen kann Sämtliche Fragen zu zweifeln Super Falls es als jemand in Zukunft In dein Tagebuch liest Wird er oder sie nach wie suchen So etwas in der Art Und ich werde eine alte Frau sein Ähm Ich bin mir sicher Dass du Eine großartige Frau Ich bin mir sicher Dass du eine großartige Frau sein wirst Kürbis Abgegeben Damit dürften wir aber noch ein paar Kürbis im Inventar haben Ja Sieben Na Noch eine Mission oder was Wir haben keine Zeit zu verlieren Mit dir handeln können wir Die Präsen aber auch nicht gerade fair Kirschen Ähm Die haben leider zu wenig Geld Kriegen wir auch vielleicht Wenn wir dem Den Kollegen hier Seinen Salat und so weiter bringen Kirschen Die würde ich auf jeden Fall gerne anpflanzen Ihr wisst Kirschen sind meine Das ist mein liebiges Wort Also wirklich das Also Die Kirschen kann ich mich verwöhnen Das ist wirklich Hm Kirschen 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 So zurück auf die Insel Ach das gibt es doch nicht Hier wird es dann machen wir ja ein bisschen K.O. schwimmen Oder versuchen es mal in diese Richtung Oh Das geht Hier können wir an den Strand Tja So gerade mal zurück Rückwärts ausparken So zurück Zur Insel Wie die heißt Ist mir auch noch nicht klar Müsst du mal Ich mal nachgucken Also Okay Das heißt Die Insel Die Hauptinsel Ich weiß nicht ob das Die Hauptinsel ist aber Momentan Die Hauptinsel Die Handelsinsel Und unsere eigene Insel Ist einfach die Heimatinsel Ja immer geradeaus Wir kürzen das mal ein bisschen ab Man könnte auch so ein bisschen Durch die Ozeane schippern Da noch ein bisschen Spaß haben Aber Ja gut Ne nicht schlafen Ich könnte auch mitten auf dem See Aus dem Boot springen Dann komme ich nie wieder drauf Auf das Boot Irgendwie müssen wir ja Wenigstens an einem Stein Irgendwie Müssen wir hier hoch Auf das Boot Drausspringen So Ops Apfel da oben Schlagen Mal wieder ein paar Äpfel mitzunehmen Ich weiß nicht wie viele wir davon schon im Inventar haben Aber Ja Schauen wir mal Zwölf Äpfel Oh das ist ja großartig Das würde ich hier angepflanzt haben Das würde ich hier angepflanzt haben Das ist ja immer der Apfelsaft draus machen Wenn wir das Rezept mal kriegen für Apfelsaft Haben wir dadurch momentan noch nicht Ich würde fast sagen Aber das ist gar nicht nötig So viele Äpfel wir schon haben Kirschen würde ich gerne mal pflanzen Wenn wir da Das Rezept zu kriegen Eine Karotte brauchen wir noch für Orangensaft Brombeersaft können wir uns machen Sehr gut Errungsthaft freigeschaltet Mit Dishwasher Ich würde besonders viel Brombeersaft herstellen Ja Ruhig vorrätig Wir haben genug Brauchen wir das Pop Brauchen wir Brombeer noch für irgendwas anderes Ich glaube nicht Milch brauchen wir hier noch Und Zucker Milch Wo kriege ich Milch hin Tja Wahrscheinlich von Kühen Ich gehe doch mal schlafen So sehr gut Die Karotten Der Salat Noch nicht fertig Müssen noch gegossen werden Der Brunnen ist hoffentlich noch nicht ausgetrocknet Ist er noch nicht Das fällt noch hier Sehr gut Beide Felder gegossen Damit das schön Wetter wächst Dünge haben wir noch keinen Ops Da fehlt uns noch Nägel Nur war Nägel herbekommen Nackt vor Keine Ahnung Vielleicht erfahren wir das irgendwann mal Bush Dich nenne ich George George Bush Dünge Ein Orangenbaum Ja gut Die Blumen könnte man vielleicht noch suchen Das wäre nur eine Sache Quests Deine Questung jetzt abgehakt Mache weiter mit Ja Mache weiter mit Aufdrehen Postkram Das lassen wir erstmal sein Mein Kalb Gemüse Das er braucht Ja das ist jetzt das nächste Und dann Barham Der braucht wahrscheinlich noch was Für sein Geschäft Guti 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 Die Blumen Könnten wir uns mal umschauen Ich vermute an dem Schrein dort drüben Da könnten die Blumen wachsen Wenn da die Rede ist Wo denn sonst Da scheint wirklich was mit ihr passiert zu sein Das ist wirklich Die Blumen Das sind diese Blumen hier Die wachsen Ich denke Da gibt es auch nur zwei von Hier von denen Das werden wahrscheinlich Hier Violetten Hier sein Ich habe schon auf der ganzen Nisse Nach den glänzenden Steinen Vom Tor gesucht Aber ich konnte Keine finden Hm Was ist mit Was ist mit Ja ja passiert Das ist Das ist hier die große Preisfrage Die Man Ein bisschen Fakten Anzünden haben dass hier auch die gedenkstätte ordentlich und schreine ordentlich leuchten lassen badkatz schnurzbadkatz schnurzbadkatz kristall benutzen ja ja okay was haben wir hier minus 1 ich habe kein kristall ok da muss man auch kristalle suchen den hat man im inventar kurs kleidung das war hier das menü kuh kleidung wechseln ja ist nicht viel wir können auch den rucksack machen rucksack wechseln ja ich finde pink immer noch besser das ich an so kräuter mal ja genug gesammelt vielleicht kriegen wir noch irgendwo milch recht nach stadt der anderen insel vermute dass die blumen dort am schreien die wir flirken müssen was auch sonst erst mal musst du den salat fertig machen dass der kollege hilft zwölf uhr ja jetzt schlafen zu gehen bringt wahrscheinlich nicht viel felder sind gegessen gegossen ja wie geht's dir so nachbauen da geht's gut können wir ein bisschen angeln es gibt keine großen fische mehr ok tja plattfisch bricht immer noch immer nach wie vor nicht gefangen das wäre eine mission vielleicht vielleicht hier drüben war das doch der hausblattfischer ja plattfischer angehen müll nichts außer müll hier vielleicht müssen wir länger drücken oder so was was wie ist hier die mission hm irgendwas müssen wir da machen was wir falsch machen keine großen fische mehr verdammt muscheln was ja davon haben wir schon genug muscheln hier gibt's köder tja also mache ich mir schon mal richtung mit hier dazu können wir die tage vielleicht besser überspringen wie immer bis das zähl ich mehr wächst hier wenn es nichts mehr zu tun gibt muss man schlafen gehen 8 Uhr morgens sehr gut ernten tatsache hat sich das geändert hier heißt das jetzt hat ernten und sehen ich bin ich bin stolz ich bin stolz auf den auf das spiel auf die entwicklung ernten steht für die ernten sehr gut haben sie zumindest das geändert wurde das schon gewixt das ist ja das ist das lässt mich sprachlos werden hier das ist wirklich da fehlen mir die worte ernten und sehen haben sie das verwirrenderweise korrigiert also haben sie es besser guterweise korrigiert also verwirrenderweise war es vorher falsch Kürbis kennengelernt Kürbis anpflanzen da haben wir noch was von Sammelzanat Sanat das müssen wir vermitteln Karotten ữa Kubert amerik Untertitelung des ZDF, 2020